Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen bei filme.de Z-Box Unboxing Edition August 2020. Wer Interesse an Z-Box hat, die kann man auf www.zavi.de abonnieren. Das gibt es im Preis zwischen 24,99 Euro und 19,99 Euro, abhängig davon wie lange das Abo dauern soll. Man kann direkt für ein Jahr buchen, dann ist es für 19,99 Euro. Es kann auch für ein halbes Jahr oder für ein Quartal oder für nur monatlich. Dann kostet es halt 24,99 Euro. Diese Z-Box steht ganz im Zeichen von Magie. Und das erste Magische ist, die Box ist größer als sonst und es gibt Vitamine. Ich habe keine Vitamine bestellt, brauche auch keine. Fleisch ist besser. So, dann wollen wir mal gucken, was drin ist. Ah, und das nächste Magische? Keine Plastikverpackung. Papierverpackung. Viel Papierverpackung. Noch mehr Papierverpackung. Und eine kleine Box. Das ist die normale Sorte. Man sieht, das zeigt im Vergleich. Weg damit. Mal gucken, was drin ist. Da ist sie. Die Plastikverpackung. Viel Plastikverpackung. Was drin ist hier? Ah, Harry Potter. Thermotasse. Vielleicht Kaffee. Oder Tee. Oder Milchshakes. Ja, ich würde sagen, Harry Potter. Kann man als magisch bezeichnen. Especto Patronum. Ah, was haben wir denn hier? Sekunde. Aha. Nicht geeignet für Getränke mit Kohlensäure. Auch nicht gut für die Mikrowelle. Mit den Scheiner. Ja, das Zeug von sehr hoher Qualität. Schön designt. Mit jeden Mengen magischen Sprüchen. Übrigens, sehr tolle Filmreihe. Tolle Romanreihe. Ich kann sie jedem empfehlen. Als nächstes folgt ein T-Shirt. Sehr flauschig. Die Größe ist L. Die T-Shirts-Größe kann man vor der Bestellung schon angeben. In dem Fall ist L meine Größe. Man hat noch mehrere XL- oder S-Variante. Oder Männlein, Weiblein. Jetzt. Hm. Der Weiße Hai. Ob das so viel Magisches ist? Auf jeden Fall ist es zumindest ein Blockbuster. Als nächstes. Aha. Untersetzer von Herr der Ringe. Der Film über die Ehe. Ein Ring, sie zu knechten. Die Beziehung zweier Hobbits. War eine sehr harte Ehe. War eine tolle Filmreihe. Der Green Dragon. Und nochmal Green Dragon. Scheint doch alles Green Dragon zu sein. Nee. Dancing Pony. Und nochmal Dancing Pony. Qualität. Scheint okay. Ja, kann man immer gebrauchen. Ansonsten eignet sich auch als Bierdecke sehr schlechte Filme. Und wieder Harry Potter. Notizbuch. Hier geht's auch. Unglaublich viel Verpackung. Unglaublich viel Verpackung. Und auch nicht zu vergessen. Herr der Ringe hat auch viel mit Magisch zu tun. Es gibt da einen Zauberer. Mit Bart. Okay, nicht nur einen Zauberer. Wobei Harry Potter hat auch diverse wertige Zauberer. Ja, das war's auch schon. Sehr große Kiste. Viel Verpackung. Sehr viel Verpackung. Ein ganz entspannter Inhalt. Mit einem magischen Hai. Nee. Ist wenig Sache. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Monat. Ciao. Ciao.